Die Primär-A-Division 1935-36 war die 8. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 10. November 1935 und endete am 19. April 1936. Vor der Saison, als Titelverteidiger, ging der erstmalige Meister Berti Sevilla ins Rennen. Letztjähriger Wiesemeister wurde Madrid FC. Aufgestiegen aus der Segunda-Division sind Herkules Salicante und Zirka Osasune. Abschlusstabelle Legende nach der Saison 1. Athletic Bilbao Meister Absteiger in die Segunda-Division 12. Zirka Osasune Aufsteiger in die Primera-Division Celta Vigo Real Zaragoza Pichichi Trophäe Die Pichichi Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben. Die Meistermannschaft von Athletic Bilbao 1. Athletic Bilbao Meister 1. Athletic Bilbao Meister 1. Athletic Bilbao Meister 1. Athletic Bilbao Meister